Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising World. Diesmal allerdings nicht alleine, sondern dieses Mal ist auch der Speed 75 bei uns in 210 Meter Entfernung. Ja, ich wollte mich mal ein bisschen von dir distanzieren. Genau. Ich gehe jetzt mal kurz abholen. Und dann gucken wir mal. Du müsstest ja eigentlich hier... Habe ich denn gerade, als hätte ich das gemacht vorhin nicht, weil ich habe nur Steinbein nicht gestorben. Ich habe zwei mehr. Das ist jetzt die LP-Welt, ne? Weiß schon. Ach ja, natürlich. Sorry. Ich war jetzt noch auf den Übungspazen, überhaupt mal zu gucken, wie das Ganze hier nochmal genau ging, weil ich das auch schon lange nicht mal gespielt hatte, genau wie Kübmann. Weil ich war da jene, dass da was mit uns zusammen angefangen hat. Und, äh, ich fragte mich jetzt gar nicht, wieso habe ich denn jetzt nix? Du kommst ja eigentlich auf mich zu. Also hast man im Moment richtig zu Fall gelasht, so krass wie bei den anderen Serverlessons. Ne, hä, du gehst jetzt weiter weg von mir. Du musst gucken, wo du hinlaufen musst, ne? Ich bin einfach steh, ich will es mir abholen. Achso, okay. Dann hole ich dich mal ab. Dann muss ich jetzt gucken, wie du, wie ich laufen muss. Ähm, 35, das sieht gut aus. Du näherst dich auf das Kran, also alles. Sag mir mal, wenn ich mich entferne, weil dann sprinte ich ein bisschen. Weil ich bin recht weit gelaufen, glaube ich. Ja, ich bin recht weit gelaufen. Hier ist ein bisschen sehr bergig, alles. Oh. Also was ich gut finde, ist, wie ich jetzt am Anfang noch fliegen kann. Ich finde es gut, weil, ähm, der Punkt ist einfach bei Rising World, ist ein Superspiel, aber das Problem, wenn man in der Höhe drin ist, Ja, du musst Leiter mitnehmen. Du musst Leiter mitnehmen. Achso, mit Leitern gehen wir raus. Ja, ja, hier wird nicht geflogen. Das haben wir nur gestern gemacht. Ja, ich weiß, wo ich nicht fliegen, aber ich war ein Rundprinzip, da finde ich es gut. Es gibt Leitern und damit kannst du die einfach hinstellen und dann, oder du baust dich ein. Also ich werde jetzt erstmal, wenn wir jetzt noch Bäume fällen gehen, um erstmal 3000 Leiter zu holen. Also wenn ich das kämpfe, vielleicht... Ich erfähr mich, okay. Jetzt kommst du wieder hin. Ich komme jetzt näher, was? Fliegst du, oder was ist los? Ja, kommst du hin, ja. Jetzt bist du weiter weg? Wie sieht es jetzt aus? Kälter, kälter. Kälter? Kälter bin ich noch da. Kälter, kälter, kälter. Hä? Wärmer, 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 wärmer. Viel wärmer. Junge. Wärmer. Wärmer, du kommst mir näher. Wärmer, 43, 41, 38 Blöcke noch. Wärmer, 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 wärmer. Kannst du mal gucken, ob du mich irgendwie siehst? Wenn ich mich hier zu weit entferne von diesen allen Punkten, weiß ich nicht mehr, wie wir zurückkommen. Wärmer. Alter, ich stehe hier mega. Wärmer, ich stehe hier mega. Ach, da bist du doch. Hier, du siehst mich schon. Du musstest mich schon sehen. Mein Name ist es, du sehen. Muss ich mal umdrehen. Also, rumgucken. Ach, ich komm jetzt. Ah ja. Na, endlich. Na, endlich. Komm mal mit. Hier ist auch ne Wassermelone. Endlich. Ja, und ne, äh. Haben wir noch gar nichts? Ne, wir haben, äh, an Essen haben wir echt wenig. Hier ist es recht wenig. Das wäre richtig toll. Jetzt guck ich mal, ob ich das wiederfinde. Ansonsten fangen wir einfach nochmal an. Ja, ich hab ja auch noch nicht so viel. Ich hab jetzt das, äh, Journal halt durchgemacht. Mal weiß die ja, kennst die ja. Weißt du, was ich schon möchte? Ja, klar. Erstes Video mir mal, äh, zu Gemüte geführt. Und festgestellt, das ist fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, gut gemacht sogar. Das war ein Elf. Sind wir ganz gut anstrengend für, ähm, ich finde dich jetzt nicht mehr. Doch, du müsstest mich noch sehen. Da läufst du. Ich seh dich. Du musst mal ein bisschen mehr auf die Namen gucken. Oh, du läufst immer blind irgendwo hin. Ich versteh's nicht. Ah, Junge, ich steh doch hier. Hinter dir. Hinter dir, hallo. Hier, ich hüpfe hier. Hey, du bist doch unsichtbar, ich seh dich nicht. Da, ah, jetzt, du bist doch. So was Problemen. So. Gut, ich hab dich. Ähm. Wie lauf ich überhaupt richtig. Ja, ich weiß nicht alles, wie die, aber nochmal ist sie halt auch ultraschnell. Das sind niemanden drin. Ich weiß halt überhaupt nicht, ob wir hier richtig sind. Keine Ahnung, was einfach mal ein Fuchs. Ja, müssen wir dann wohl. Okay, dann fangen wir jetzt nochmal an. Das ist wahrscheinlich die Platz, der finden, wo dein Bär war, der dich gerne mag. Wieso, da ist er tot. Wieso, da ist er tot. Den gibt's ja nicht mehr, mein Teddy Bear. Konntest du noch so herzustellen. Wo das Spiel, wo dann das Spiel einfach mal rausgetappt ist. Jetzt ist es schwieriger. Nein, ich bin noch hier. Wir fangen jetzt neu an. Wir suchen jetzt gerade mal einen guten Platz. Und dann... Aber Wassermannungen sind ja auch selten, ne? Ja, obwohl ich hab jetzt schon ganz viele gepflückt. Ich pflück dir ja immer von hier weg, wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt das da, so. Ja, schau. Kannst du wenig gesehen? Normalerweise sind die ja relativ häufig. Ach, boah, ein L. Äh, dann machen wir das hier, ne? Würde ich sagen, hier ist recht groß und eben... Weil davor hatte ich echt nur so ne... Hier ist sogar schon ne Höhle. Guck mal. Dann machen wir hier einfach... Fangen wir hier einfach an. Nochmal. Das war nicht das Idealste, aber okay. Ah, und ne Ziege ist hier auch. Ja, Ziege bringen aber nichts, das weißt du ja, ne? Ja, das weiß ich. Aber ein Schweinchen schon. Schweine schon, ja. Aber hier müssen wir auch das Essen ein bisschen teilen, ne? Nicht so wie auf der anderen. Ähm, ja. Alles meins. Wo wir uns jenseitig Sparles von dem Grill geklaut haben. Also haben wir so einen schönen Grillabend gemacht, dann hast du einfach alles geputzt gemacht. Oh, der Leiter steht bei mir. Du hast doch alles geklaut. Ich klau es schon. Okay, ich habe jetzt nochmal einen Sparles. Und, äh... Das bringt uns gar nichts. Also Rippchen. Also momentan bringt uns das, äh, gar nichts. Soll ich die Körbe verstecken, dann möchtest du dir gerne Leichen schaust. Nee, die kannst du ruhig verstecken. Oh, ich hätte mal gleich erstmal nur die Erde um ein Schwert zu haben. Ich hätte das richtig auch mal ein Schwert. Wir müssen erstmal einen Unterschlupf bauen. Ja, ich geh mal ein paar Bäume anfangen. Ja, ich bin schon längst so weit. Ich werde dir jetzt auch mal helfen, aber ich habe mich beschlossen. Oh, wie genädigt man hier. Der wird ja... Ja, doch nicht mehr aus. Ich finde das aber gut, dass man hier die Bäume noch zerschlagen muss und nicht, dass die schon so auseinanderfallen. Finde ich mal. Das ist dann der Holzfäller-Simulator. Ein Glück nicht, sonst wäre die Grafik schlechter. Ja, das ist nicht noch bei Grauen an diesem Scheibenwisch-Simulator. Boah. Ich habe mir das ohne Mist bis zum Ende angeguckt. Echt, ich nicht. Ja, es war so ein Tag, da... Wie ging es denn aus? Da warst du hobbylos. Ja, ja, ich hatte nichts zu tun mit mir, war langweilig. Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich... verdrängt. Ja, mein Gott, das ist ein Brustfall für dich. Habe ich verdrängt, das war... Ich fand sie auch mal brav wie Bäume nahe, weil es ja auch so näher im Geben ist. Ja, das ist gut. Ich mache das jetzt mal ehrlich. Weil du bist sonst... Hier... Wie lange das mal dauert, bis man was setzt. 1, 2, 1... 1, 2... Ja, aber wie einfach der einfach zu killen war. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch bekommen, hätte er... Wäre das Spiel nicht rausgehört, aber egal. Ich muss jetzt noch mal sagen, wie so ein... Angsthase. Ständig, oh, ist er als ein Bär, ist er als ein Bär, habe ich den dann noch gehört. Er hat ja auch gesagt, er hält sich jetzt von sämtlichen Bären fern. Das hat auch wirklich eingehalten, muss ich ehrlich mal sagen. Naja, bis jetzt bin ich noch keinem Bären begegnet, von daher... Leider, es wird gern mal ein Bären kriegen. Magst du sterben. Ja, kommst du mal... Oder wollen wir die Nacht durcharbeiten? Ja, aber du hast dich sowas erwartet, denn auf diesem Kanal hast du wahrscheinlich auch schon gesagt, Niedmann. Was? Was die Leute hier auf diesem Kanal erwartet? Äh... Nö, noch nicht, aber kommt noch. Ich hab's geschrieben. Äh, kannst du mal... Kannst du mal kommen vielleicht? Hallo? Ja, ich komme jetzt zu dir. Soll ich mir ein Glöckchen umbinden, vielleicht? Ja, bitte so ein Paise, dann lass es dir nochmal runter rein, damit ich... Ich seh dich, ich seh dich. Toll. Oh, Mann. So, letzt. Ein bisschen rumdrehen, ein bisschen rumdrehen. Du kommst mir nicht näher. Du müsstest dich ein Stückchen drehen. Ein Stückchen drehen, du läufst gerade weg von mir. Ich seh dich da hinten. Ja? Ach, da. Ich bin echt blind zwischen. Dabei hast du doch gar nicht so... Sorry, also mein Aventierungs-Sin ist weg. Dabei hast du doch überhaupt nicht so einen kleinen Bildschirm. Das war jetzt nicht... Nö, man wird schon von Laptops an ganz groß. Äh, eben. Äh, kannst du dich mal ins Ding entziehen? Jetzt fängt er an, Holz abzocken. Das war nicht der Plan, Kirk. Leg dich mal... Gut, das ist wieder unsichtbar bei mir. Das heißt, ich wie John mal bitte ganz kurz. Keine Sekunde bitte, ich bin nämlich gleich wieder auf dem Wasser drauf. Nein, eigentlich. Wie veräppeln? Ja, weil ich ja jetzt gepennt habe und du runtergegangen bist. Ähm... Naja, warst du erstmal doch noch ein Bad, das ist, Janus, auch was drunter gehen dann. Boah, das ist Geld, das ist gerade mega. Boah, das wird mir drauf und jetzt glaube ich, es will ich auch, was ja jetzt sicher betten. Das ist gut. Ja, doch, du musst es einmal reingehen, damit es halt nicht auf den Spätzen geht, ich muss auch mal ein bisschen pennen, weil, ähm, ich bin so ein Bruder. Damit der Resport wird gesetzt. So, haben wir denn schon eine Verbrechen, die sowas mit welchen? Äh, nee, aber kann ich gleich noch mal machen. Ich hab, ich hatte ja schon eine gebaut, aber die ist ja jetzt weg, oder du machst eine, ist ja egal, ob ich das jetzt mache oder du, ist ja völlig lax. Äh, wie geht das? Was hast du dir mit mal gemacht? Tja, es gibt zwei Möglichkeiten, das herauszufinden. Einfittert du mir jetzt das Journal, oder du drückst es auf I, gehst auf Crafting und gehst auf Werkbänke. Ach, da oben ist ja noch nie so. Das hatte ich noch nie gesehen, also wenn die Leute wüssten, wie lange du das jetzt schon spielst, insgesamt an Zeit, an Stunden, ähm. Oh, oh, ich hab noch zu wenig Holz. Echt jetzt? Oh, warte, ich komme. Ich hab 19 Holz. Ach, ich hab schon mal umwandeln. Ja, das muss ja doch irgendwann sein, dass man das einfach umwandeln muss. Kannst du das jetzt machen, oder nicht? Ich kann das jetzt. Ich mach das jetzt, den gut darin, wieder schaffen. Äh, irgendwie. So, ich hab jetzt ein. Nein, endlich. Mann, ich brauch auch, brauch auch ein bisschen Menge, weil ich... Weil ich ungeduldig so war. Noch mal schneller. Muss halt erst mal spannend, das Lernen hier allerdings. So, hab ich denn bitte schön scharbekommen, war das noch vom... War das noch vom Netz mal, oder wie? Ach, cool. Ja, wir haben einen total schiefen Werkbenk... Hast du die nicht richtig ausgerichtet? Du bist so ein Frobel einfach. Warum stellst... Ach, egal. Ähm... Ich würde es gerne ausreden, dass ich das so gemacht habe. Ganzes mal ganz groß lassen, das wäre ganz toll. Warum? So, ich hab mir jetzt sieben Leitern gebaut. Bei mir hast du eine Kiste in der Hand. Ups. Ja. Ja, gut, das ist vielleicht nicht der beste Plan von mir, aber okay. Ist okay, ist okay. Ja, mach das. Ich hab da schon ein bisschen runtergegrauen. So, treppenförmig. Ja, aber ich... Scheide, ist das ja hier. Ach, da. Okay, sehr schön. Ich will mir jetzt mal angucken, wie es mir der Leiter funktioniert. Das ist übrigens auch zwei, ähm... Hast du die Fackel mitgenommen? Jaja, sicherlich. Na klar, und Fackelhalter vor allem. Ich find das... Ich find die Fackel so cool, mit dem Licht. Wow. Besser muss ich hier echt nicht fliegen. Dieser Elch. So, man kommt auch ohne fliegen weiter jetzt, fliegen zu können. Jaja. Ja, jetzt müssen... Jetzt müssen unoptimal, ne? Mit... Absteigen. Ich hab's mit Essen dabei, ich vor allem. Äh, ups. Das war die Konsole. Irgendwie auf die... Äh, äh... Bäh, äh... Was? Irgendwie öffne ich ständig die Konsole. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag die so gerne anscheinend. Soll ich dir nochmal raus aus dem Loch? Ich hab hier schon mal ne Fackel gesetzt. Was ist denn? Da fackelst du mich lang, ne? Ich muss den Abstieg hier sowieso machen, weil, äh... Also kann ich sowieso machen, weil ich sowieso Stein brauchen kann. Für den Hochofen. Hab ich ja in der ersten Folge ein bisschen verpeilt dann. Ich beschaffe wieder die... Alter, der liegt ja immer bei uns nicht, ne? Ich beschaffe wieder die Materialien dann. Ja, aber diesmal musst du auch mal was bauen. Du hast hier noch nie was gebaut. Das ist jetzt das Sitzende. Man kann auch hier noch nie geben. Ich mache das nicht. Ich bin jetzt nicht einfach alles. Ich kann das nicht so nennen. Ich muss das nicht nur machen.